Oh Scheiße, wir sterben. Wir werden auch nicht sterben. Ja klar sterben wir, aber nicht heute. Sag wer. Ich, Julia, ihres Jurides. Nein, nein! Seit dem Tag an dem wir zusammengekommen sind, haben wir wirklich alles zusammen gemacht. Sie wollen mal da. Wie geht's denn jetzt weiter? Keine Ahnung, ich muss jetzt Mama und Papa gleichzeitig sein. Papa! Lili! Papa! Papa! Der ganze Kram, der muss raus. Es ist auch besser für Lili, wenn sie nicht die ganze Zeit an Julia erinnert wird. Mama? Ich glaub ich hab Mama gespürt. Was ist eigentlich eine Seele? Lili? Weißt doch, dass Mama da nicht wirklich oben ist, oder? Nur weil du sie nicht sehen kannst. Ich halte sie in dem Haus nicht mehr aus. Sie gehen nach Hause und schlafen ihren Rausch aus. Deine Tochter spricht lieber mit ihrer tolle Mutter als mit dir. Hau ab! Ich muss für Lili da sein, aber ich schaff die einfachsten Sachen nicht. Wir sind komplett pleite. Wir brauchen Lottogewinne. Wir brauchen schon länger. Was sie für dich war, kannst du nicht von mir. Wie doch? Dann musst du sie wiederfinden. Das gehört dazu. Ja. 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 Ja.